Unter Kolik verstehen wir einen Zustand mit sehr starken Bauchschmerzen. Das sind in der Regel krampfhafte, belastende Schmerzen, die letztendlich zu Kreislaufstörungen führen können. Koliken beginnen im Prinzip im Magenbereich, das heißt bei schmerzhaftem Magengeschwür können Kolik Schmerzen auftreten, bei Magenanschoppung durch quellende Futtermittel, bei Magenaufgasung durch irgendwelche Gernensubstanzen. Es gibt die Dünndarmanschoppung durch flüssige Futtermittel, die sich stauen im Dünndarm. Es gibt die ganz klassische Krampfkolik, die hauptsächlich bei Stress, bei Kreislaufbeschwerden auftritt. Wo sich einfach der ganze Darm zusammenkrampft und sehr starke Schmerzen verursacht. Es gibt die Verstopfungskolik, die mit festen Futtermitteln zusammenhängt, mit Wasserentzug zusammenhängt. Es gibt die Wurmkolik, wo einfach so viele Parasiten im Darm sind, dass Kolikschmerzen entstehen. Bis hin zur Darmverlagerung, wo sich Teile drehen und natürlich abschnüren. Das sind dann sehr massive Zustände, die unter Umständen auch operativ behandelt werden müssen. Mein Pferd bewusst versorgt. Alle Informationen gibt's auch im Internet unter www.gladiatorplus.com